Musik Jo, Skidab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal gegen Niklas, aka Gandalf. Was, Skidab? Was, Skidab? So, französisches Team-Ausgang starten mit Tavis und so. Alter, dein Team ist locker 8 mal so viel wert wie meins und das ist nicht mal gelogen, Alter. Ja, auf jeden Fall ist es ganz nice mit die Maria und so weiter. Und ja, Leute, wir werden auch eine Bestrafung übrigens machen dann für den Verlierer. Aber die wird es erst dann, ich weiß nicht, wann kommt es uns besuchen, also demnächst auf jeden Fall. Aber wenn ihr mal Zeit habt, wenn ich Zeit habe, mal schauen. Genau, dann werden wir nochmal gegeneinander spielen und der Verlierer bekommt dann dafür eine doppelte Bestrafung. Also macht euch auf einiges gefasst und ich würde mal sagen, let's go. Ich muss mich gerade voll konzentrieren, Alter. So lange nicht gespielt, ich kenne die Abläufe. Oh, shit. Oh, shit. Was? 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 Ich habe es doch gedrückt. Oh, ich kenne... Oh, Gott. Einfach raus damit. Erklären wir einen Seitenwazier. Komm. Vor. Vor, 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 vor. Was? Ich kann nicht... Schieß einfach mal. Ich konnte dich auf den Verteidiger wechseln, Alter. Hab ich? Schön. Was? Oh, shit. Was? Spiel, Spiel! Oh, da oben steht er, Leute. Muss ich abdecken. Ah, nein. Schön antizipiert. Oh, nice. Komm, jetzt direkt die Konter. Schön. Oh, fuck. Schön. Sehr gut. Soll ich hier. Passt das Lauf. Und nochmal auf Schöne. Lauf, 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 lauf. Boah, den kriege ich, den kriege ich. Glaubbar, den kriege ich nicht. Nee, den habe ich. Und den kriege ich nicht. Oh, ich dachte, der ist ja mehr drin. Oh, ich dachte, der ist voll weit vorbei und dann auf einmal... Alter. Oh, shit. Oh, oh. Oh, La Kassette ist durch. La Kassette! Nein! Nein! Mach ihn, Bia Bia! Nein! 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 Yes! Fuck! Das gibt's doch nicht. Wer ist das Bia Bia? Nee, ich wusste es. Nein! Oh, shit! Und jetzt! Oh! Schon wieder hatte ich ihn sicher. Ich musste versuchen. Ich konnte nicht mehr passen, Mann. Nein! Jetzt komm! Jetzt komm! Ich schmetten! Nein! Garne, du brechst! Im letzten Moment noch geklärt, Alter. Tut mir leid, ich musste es so machen, Alter. Puh. Nein, was mache ich? Oh mein Gott, der nocht ihn auch noch. Oh, fuck! Alter, die Torhüter sind gerade so stark, ne? Oh, Mann, ich... Nein! Nein! Oh! Er hat ihn noch perfekt in den Winkel gehauen, ne? Ja, ich musste noch lupfen, Alter. Sonst wäre es kein cooles Tor gewesen. Es ist Upside. Was, das will ich sehen. Es war so schön, eigentlich. Oh, Leute. Schau doch mal mit dem Schuss! Nein! Oh! Oh, fuck. Oh! Jawohl! Kommt, Leute, jetzt! Jetzt aber, das ist eine gute Situation. Oh, scheiße, das ist echt... Nein, das ist eine schlechte Situation. Das ist eine richtig schlechte Situation. Und weg damit! Nein! Schön! Nein! Nein! Ja! Nein! Was? Jetzt fliegt nicht hin! Oh Gott! Verdammt! Oh, Trick 17! Trick 23! Schat! Nein! Und jetzt! Oh! Oh! Ramirez kommt klar! Schön! Doppel! Ah! Oh, jetzt aber... Jetzt Pogba! Nein! Jetzt Bia Bia nie! Nein! Jetzt kommt Trick 24! Warte! Oh, oh! 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 Oh, schade! Wieder tot! Oh, oh! Nein! Werd' er durchgekommen! Oh! Werd' er durchgekommen! Das safe! Fuck! Das gibt's nicht! Nein, wenn du den jetzt... Wenn du jetzt... Oh nein! Ich hab' keinen Bock, nicht so'n Konto oder so'n Tor zu kassieren! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh oh! Nein! Ich bin da vorbeigelaufen! Einfach wie so'n Opfer, alter! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nee, nee, mein Freund! Nee, nee! Oh! Nein! Ja! Ja! So wichtig! So wichtig! Victor, gib mir doch mal'n Kopffall-Duell, du! Ich sag's nicht! Ich sag's nicht! Jetzt aber, Leute! Nein! Mit dem Deck gehen wir mal'n Alexis Hutchins! Und! Ja! Nein! Raus! Was?! Oh! Oh! Holy Crap! Oh! Oh! Alter, was ist das für'n Spiel! Digga, es steht 0-0! Überleg dir das mal, was wir für Chancen haben! Nein! Überleg mal, es steht 0-0! Bei den Chancen! Nein! Tebis! Tebis! Mach ihn! Nein! Das gibt's doch nicht! Alter, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Es ist verhext, Alter! Es ist doch so! Es lasst den Fluch auf uns, ey! Es ist so verhext! Was? Nein! Nein! Nee, nee, den mach' ich auch nicht! Nee, nee, den mach' ich nicht! Ich hab' dich eh gefault! Ich hab' dich eh gefault! Nee, warte, komm! Ich schieß' ihn raus! Du hast noch mal Abstoß! Okay, alles klar! Ja! Ich glaub' das Spiel sieht sowieso aus! Ich würd' sagen, wir machen direkt ein Rematch, oder? Auf jeden Fall! Okay, also wir sehen uns dann gleich wieder! Die Verbindung, oder? Lol! Bei mir auch! So, Leute! Ich hab' gewonnen! Spaß! Ja, Locker, das ist echt gut! Ja! Das kann doch nicht sein! Schon wieder geil, EA! Läuft auf jeden Fall! Schon wieder! Das gibt's nicht! Hey, das kann doch nicht sein! Das dritte Mal, oder so, das bricht die Connection ab! Hey, ist fucked up! Okay, Leute! Wir suchen jetzt schon seit, ich weiß nicht, einer halben Stunde nach einer Lösung, aber irgendwie geht's nicht! Liegt wahrscheinlich an den ACE-Servern! Wir können immer nicht connecten, beziehungsweise schon, und dann bricht's ingame ab! Keine Ahnung, was da los ist! Deshalb einigen wir uns einfach auf euren Unentschieden! War auf jeden Fall ein ultra-spannendes Spiel gegen dich, Gandalf! Ja, ich fand's auch ziemlich spannend! Ich mein, man hat's ja gesehen, so viele Angriffsszenen und einfach kein Tor, das war echt... Unfassbar, Alter! Also, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen! Lasst eine Bewertung da! Und ja, ich würde mal sagen, das Schlusswort kriegt Niklas! Ja, ich würde sagen, hat auf jeden Fall Bock gemacht! Dann schauen wir mal, wie wir das mit der Bestrafung nächstes Mal machen! Und ja, haut rein! Und bis zum nächsten Mal!